Er ist klassisch. Unter diesem Titel feiert das Konservatorium morgen Abend um 19 Uhr sein 40-jähriges Bestehen mit einem festlichen Konzert. Bereits 1973 wurde der damaligen Bezirksmusikschule Cottbus der Titel Konservatorium verliehen. Seitdem haben sich die Ausbildungsmöglichkeiten deutlich verbessert. Wir haben hervorragende räumliche Bedingungen. Wir haben ein hervorragendes Kollegium. Wir haben natürlich auch durch die Technik heute mediale Möglichkeiten, den Unterricht und die Informationsmöglichkeiten auch in Sachen Musik sehr effizient zu gestalten. Und wir haben natürlich auch bedingt durch den Wandel der Gesellschaft und die Popularität der Musik die Möglichkeiten, hier wiederum besondere Motivationspunkte zu finden, die die Jugendlichen auch anspornen, sich in dieser Richtung zu qualifizieren und entwickeln zu lassen. Eines ist über die Jahre aber gleich geblieben. Genau wie damals wird dieselbe Philosophie verfolgt. Den Namen Konservatorium mit Leben zu erfüllen, der Gestalt, dass wir versuchen, die Talentförderung als einen sehr universellen und umfassenden Begriff zu verstehen, in dem Sinne, dass jeder, der zu uns kommt, auf optimale und für ihn günstigste Weise sein musikalisches Talent bei uns entwickelt bekommt. Derzeit genießen 1300 Schüler die musikalische Ausbildung am Konservatorium. In dem morgigen Sonderkonzert spielen das Jugendorchester und der Kammerchor das Beste aus dem Jahresprogramm. Los geht es um 19 Uhr im Konzertsaal des Konservatoriums.